Ja hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen etwas anderen Video. Jetzt sind wir mal auf der Website unterwegs von MuffyCraft und da gibt es ein paar Neuerungen und zwar könnt ihr über MuffyCraft.de slash Forum diese Website hier erreichen und im Vergleich zur alten ist die natürlich deutlich besser, also um Weiten. Ihr könnt alle möglichen Filterungen machen, wir haben die üblichen Ränge hier, alle Mitglieder könnt ihr sehen, inklusive Teammitglieder und es gibt bessere Umfragen, bessere Anpassungsmöglichkeiten für uns. Ihr seht Hintergrundbild ist neu und ihr könnt jetzt hier ganz verschiedene, unterschiedliche Beiträge erstellen. Unser Bewerbungssystem läuft auch jetzt darüber ab, also unter Bewerben könnt ihr euch jederzeit bewerben. Das sieht dann einfach so aus, dass ihr dann hier auswählt, Supporter, Entwickler, Architekt und hier dann eine kleine Anleitung kriegt. Ja, Bilder einfügen geht auch viel einfacher, also irgendwie Drag & Drop mäßig, Kunde. Ja, egal, könnt ihr ja mal ausprobieren und Shop läuft auch hier, also ist auch hier verlinkt. Wir machen mal ein bisschen eine Aktion, dass man halt 10 Boxen für einen Euro bekommt und die Ränge um die Hälfte reduzieren. Und dann ist eigentlich alles gesagt. Have fun! Also wir freuen uns ziemlich, dass wir jetzt das Forum bekommen haben vom lieben Stiffler. Ja, der hat uns diese Software sozusagen zur Verfügung gestellt. Also nochmal vielen, vielen Dank an den Kollegen hier. Spam die zu mit. Danke. Ich kann nicht schreiben, sehr gut. Und ansonsten haben wir jetzt auch hier immer so Banner und so extra eingestellt. Ja, und ihr könnt auch Vorschläge machen und zwar über Vorschläge, Ideen. Und da wird schon einiges hier vorgeschlagen. Schriftfarbe wurde jetzt auch schon ein bisschen heller gemacht. Und ihr habt dann immer so eine kleine Umfrage hier. Ja, ich wünsche euch was und wir sehen uns auf dem Server. Royal ist ja jetzt eröffnet, also macht's gut. Tschüss!